Im vergangenen Jahr holten sie den Champions-League-Titel. Und das wollen die Bayern auch in dieser Saison wieder schaffen. Ihr nächster Gegner auf dem Weg dorthin heißt Manchester United. Das ergab die Auslosung der Champions-League-Viertelfinals durch den europäischen Fußballverband UEFA am Freitag in Nyon in der Schweiz. Das Team von Trainer Pep Guardiola muss Anfang April zunächst nach Manchester reisen. Das Rückspiel findet dann in München statt. Dortmund-Trainer Jürgen Klopp und seine Borussen treffen auf alte Bekannte, ihren Halbfinal-Gegner aus dem vergangenen Jahr. Sie spielen Anfang April gegen Real Madrid. 2013 ging Klopps Team siegreich aus dieser Begegnung hervor und musste sich erst im Finale Bayern München geschlagen geben. Heimrecht gegen Dortmund haben zuerst die Madrilenen. Borussen-Torjäger Robert Lewandowski wird dann wohl ausfallen. Reals Starkicker Cristiano Ronaldo dagegen ist derzeit als Torjäger der Königsklasse auf Rekordkurs. 13 Mal traf er in dem Spitzenwettbewerb bislang. Der Rekord wird von Barcelonas Lionel Messi gehalten, der in der Saison 2011-12 14 Tore erzielte. Barca muss sich im diesjährigen Viertelfinale mit Atletico Madrid messen. Die UEFA-Auslosung sieht außerdem vor, dass Paris Saint-Germain auf den FC Chelsea aus London trifft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017